Frau Thalheim, schön wie immer. Danke. Das haben Sie erreicht. Ich hatte ein sehr, wie soll ich sagen, wirkungsvolles Essen mit dem Polizeipräsidenten. Der kleine Wadenbeißer wird befördert und in eine andere Abteilung versetzt. Gut. Ich werde Sie fürstlich entloben. Stammen eigentlich alle Waffen für die RAF von Ihnen? Ich war jung und wollte das Geld. Wer zu gierig ist, macht Fehler, Herr Schneider. Sind Sie zu gierig? Mein Vater war ein Nazi, wie er im Buche steht. War im Krieg in seinem Bataillon für die Waffen zuständig. Und nach dem Krieg hat er als Jäger und Vorsitzender des Schützenvereins immer Zugang zu Waffen. Ich habe ihn gehasst. Am Anfang war ich auf Seiten der RAF. Konnte die Verbindungen meines Vaters gegen Leute wie ihn einsetzen. Na ja, Bade, Beinhoff, alle tot. Der Rest sitzt und ich muss wohl keine Fehler gemacht haben, sonst stünde ich nicht hier mit Ihnen. In Ihrem Schließfach, 2273, liegen nur noch Kopien. Woher wissen Sie davon? Berufsgeheimnis. Ich denke, die Entlohnung sollte königlich ausfallen. Wenn Sie haben, nicht mehr местen werden, dann können Sie uns auf den Bauen. In Ihrem Schließfach, 247, Habsgeheim, alle ganz ausgetan. Nach Hommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tim. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020